Naja, kommt wenigstens meine Ambientebeleuchtung ein bisschen zur Geltung. Hallo und herzlich willkommen auf einer Map, die keiner spielen will, mit eurem Schmetterus Maximus. Ja, eine Keule, ein Mann und viel Tamtam. Ich hatte mal Bock auf Oni, vorhin hatte ich Bock auf Nurse, und dann hatte ich keinen Bock mehr auf Nurse. Und dann hatte ich Bock auf Hack, und dann, äh, da hab ich meinen Kopf in die Toilette gesteckt. Und dann, äh, naja, jetzt sind wir hier. Yo, Alter, wenn wir die Paletten in den ersten 30 Sekunden down kriegen, Alter. Das ist, das ist voll okay. Bitte, auch, kriegen wir die auch noch runter? Komm. Los, Cheryl. Das ist ein braves Mädchen. Ein gutes Mädchen. Komm, noch ein Loop, dann haben wir's. Mit Dead Hard 2. Oh, würzig. Komm, Schätzchen. Los, hau's runter. Oh, perfekt einfach. Man kann dich nur lieb haben. Sehr gut. Der OP-Raum ist gekleert, Alter. You love to see it. Oh, hi. Du machst grad alles zunichte, was deine Teammates zu mühevoll aufgebaut haben. Just saying. Oh, wow. Ich wusste gar nicht, wo ich bin. Ja, ja, vernichten wir noch mehr Paletten? Yo, let's go, Alter. Oh mein Gott, das Mädel ist ne fucking Goldgrube. Yo, dich werd ich jetzt durch die ganze Map jagen. Einmal kurz alles aufgeräumt hier. Hi. Yo, ey. Ich wollt das grabben. Ich hatte da meine Finger schon im Spiel. Dead Hard. Kein Dead Hard. Schade. Komm her. Äh. Boah, Alter. Nice. Yo, I love it. Die Ausbeute ist echt entzündig. Okay. Ich habe Tinker. Wenn auch immer ein Jen, äh, ins gefährliche Fortschrittsareal kommt, werde ich gewarnt. Hier ist irgendwer. Ich habe Scratch-Max gesehen. Ich sammle erst mal die Kuh. Ah, nee, warte mal. Ich habe alle. Äh, 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 äh. Okay, es geht los. Die haben sich wahrscheinlich bei mir vorbeigesneakt. Ja, ist egal. Uh. Uh. Wait, die sitzt hier. Uh. Oh. Nicht so schnell. Junges Fräulein. Warte mal, komm erst mal mal. Oh, warte mal. Ich habe noch einen Pop. Yes. War der effizient? Ich weiß es nicht. Hat er noch gezündet? Ich hoffe. Ho, 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 ho. Und hier kommt der Nächste. Ja. Der Spaß-Express ist wieder da. Krieg ich den Haken? Für ein paar Extra-Points. Das wäre, äh, echt schmacko-fazzi. Weyer. Was ist das denn überhaupt für eine Survivorin? Ich muss mal kurz auf Barbecue gucken. Weiß aber nicht, wer das ist alles. Der Regressed. Wo war jetzt die Claudette? Der hatte sich im Schrank versteckt. Hier irgendwo? Jungs, ich muss mir am besten, immer wenn Tinkerer losgeht, meine Power-Ready haben. Okay, die sind da. Hallo? Dead Art? Kein Dead Art. Und kein Borrowed Time. Was wollte ich eigentlich sagen? Beides nicht. Das ist schade. Aber du weißt was, ich auch nicht. Ich hack dich mal so rum. Könnte ich dich besser zonen? Hehe. Wegi, wegi. Oh nein. Äh, äh, die andere Struktur war sicherer. Mäuschen. Hasenzähnchen. Butterflöckchen. Rosenblättchen. Ne? Okay. Wo ist denn ihr Scheiß da? Wow, ey. Haken sind ja echt sperrlich gesät. Oh, ey. Pass mal auf. Jetzt gibt's Hardbackboard, Alter. Uh. Captain Sepp ist wieder unterwegs. Es wird nicht nur ein Segel stochen. Tinkere auf Uni, Alter. Tinkere auf Oni, Alter. Let's go. Ah, ha, ha, ha. Und wieder zurück, weil... Bestinkte Dinge sich ereignen werden. Ich hab's hier gesehen. Iiiiihihi. Uh. Das ist so eine Macht auf deutschen Straßen, Alter. Da ballert der V8. Sorry. Musste kurz mal ausrasten. Jo, das ist jetzt... Das ist extrem, äh... Achso. Experten würden sagen, kacke. Ich persönlich würde es schon fast als Durchfall bezeichnen. No. Unbreakable. Oh, jetzt ist das auf der anderen Seite. Oh. Egal. Die wurden gewarnt, Alter. Einer ist bei der Prozedur gestorben. Die haben jetzt mächtig Schiss. Ne, da geh ich nicht hin, ey. Ich komme jetzt mal ja von der anderen Seite. Hallo. Oh, ich bin gleich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwei Drittel voll wieder. Ich liebe dieses Adam. Diese, diese Uni-Maske. Diese grüne. Ich kann mir ein bisschen Zeit lassen. Die müssen sich jetzt erstmal wieder erholen. Wait. Da in der Ecke. Oh, no. Oh, Katie. Oh, sick. Dead heart einfach. Pass mal auf, Alter. Deine Freunde müssen jetzt leider dran glauben. Der slugt! Ruf die Dead by Deadline-Polizei! Verhaftet diesen Mann! Oh. Schade. Oh, wait. Gut. Äh. Na gut. Ha, 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 ha. Brum, brum, bugger boy. Komm her. Ha, ha, ha. Oh Mann, Alter. Da fühlt man sich ja fast ein bisschen schlecht. Yeah. Und die andere macht den Jen nicht fertig. Das ist das Geilste, was sie tun könnte. Der regress noch. Weil nicht, dass es schlimm wäre oder irgendwas ändern würde. Aber... Jetzt muss ich bloß noch einen Weg hoch finden. Wait, da. Der hat an Kate aufgeholfen. Deswegen ist es lang effizient. Ich sag's euch, Leute. I don't fucking care, Alter. Ruf die Bullen! Spatt mich ein! Hallo? Oh mein Gott. Da ist die Polizei. Guck mal. Was will sie tun? Was will sie eigentlich? Ja, kurz und schmerzlos, Alter. Die Schmettwurst. Fürst von Schmetterich. Der Schmetterling ist wieder unterwegs. Hallo? Oh, Lithe? Guck mal her, du lecker Bissen. Oh. Oh, das hat doch schon vorhin nicht geklappt. Aber nice try. Die ist noch nicht tot. Die hing bloß einmal. Was gut ist für mich. Ich hab auch meine Power ready. Die ist da oben. Oh nein. Bitte nicht fertig machen. Ich würde euch 5-Gen. Yes. Der hat auch... Der hat ja nichts. Nicht mal Borrowed Time, Alter. Oh Mann, Alter. Uff. Sorry, Alter. Kontrolle verloren. Steuerrad zu bleiben. Uga, uga, Alter. Okay. In irgendeine Ecke, damit ich... Die andere da vielleicht mit... Barbecue und Chili sehe. Kein Barbecue und Chili. Warte mal, aber das muss doch hier irgendwo... Unter dem Jen muss das irgendwo sein. Oh, hi, hier. Perfekt. Komm. Komm. Überenden das. Kriegst sowieso keine bessere Runde mehr zustande, Leute. Deswegen muss das hier reichen. Es ist gerade aktuell zeitlich ein bisschen schwer. Oh, warte mal. Schaffe ich es noch, da einen Pop zu verteilen, ey? Aber es wäre niemand hier gewesen, ne? Von dem... Von dem Paletten-Schmutz mal abgesehen. Yes. Okay, Antitos. Du kannst das Reinigungsteam heute früher nach Hause schicken. Ich habe schon entsprechend aufgeräumt. Dankeschön, liebe Leute, fürs Zuschauen. Ich bin mir sicher, die hatten keinen Spaß. Es tut mir auch leid. Aber GG. Ich hatte meine Yeah-Freude. Alright. Sehr schön. Sehr schön. Doppelblutpunkte sind echt viel, Alter. Das sind fast zweifach. Zweifach. Möchte man ja fast sagen. Okay. Will noch irgendwer ein Comment loswerden? Darüber, wie toxic ich bin? Nee? Okay. Gut. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Ich habe gerade ein bisschen... Ist zeitlich aktuell so eine Sache. Ich muss halt schauen, wann ich Videos aufnehme. Und ich habe gestern mal irgendwie eine Stunde gespielt. Und es war einfach nur Rotze. Das kann ich nicht als Video bringen so. Es muss auch irgendwie ein bisschen unterhaltsam sein. Ich habe halt Survivor versucht. Aber das war einfach nur lame. Ja. Ich melde mich, wenn was kommt. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.